Moin ihr Lieben, heute zeige ich mal den kompletten Entstehungsprozess von einem Airbrush Bild. Und zwar habe ich mir überlegt, ein T-Shirt mit Airbrush zu besprühen quasi. Und das ist nur ein Testlauf, um rauszufinden, wie ich es schaffe, dass die Farbe auch beim Waschen nicht rausgeht. Da bin ich halt momentan am experimentieren. Ja, ich habe mir überlegt, ein Hai zu machen und da fange ich jetzt auch schon an, den Grundrest bzw. die wichtigsten Details erstmal einzuzeichnen. Wie zum Beispiel den Körper, das Maul und die Augen. Es ist so ein bisschen Comic-Style, nicht ganz realistisch, wie man an dem Auge sehr schön sehen kann. Ja, erstmal alles natürlich mit schwarz vorzeichnen. Hier die Flossen, die Brustflossen von dem Hai, schon mal skizzieren, wo die hinkommen. Und die Schwanzflossen, der schwimmt so leicht um so eine Ecke quasi rum. Da mache ich den Schwanz noch fertig, bzw. die Form von Schwanz habe ich schon mal angedeutet. Und so geht das dann jetzt weiter. Ich mache jetzt hier ein bisschen was, die Schattierungen schon mal rein. Da unten kommen noch Flossen hin. Und jetzt fange ich auch schon an mit den Zähnen im Maul. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, dann lass doch gerne eine positive Bewertung da. Und wenn du noch mehr so komplette Entstehungsprozesse von Bildern sehen möchtest, egal ob Buntstiftzeichnung, Airbrush oder... Ja, das ist eigentlich erstmal alles, was ich mache. Ich mache auch Google-Schrauber-Skizzen. Aber wenn du solche Sachen interessant findest, dann schreib mir das auch gerne in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen. Das unterstützt mich sehr. Und ja, machen wir aber weiter hier mit dem Bild. Und zwar habe ich jetzt hier das Seitenlinienorgan quasi eingezeichnet. Das ist immer eine relativ starke Kante in dem Hai. Und da sieht man halt dann auch, wo der Schatten relativ stark beginnt. Und das habe ich jetzt hier quasi eingezeichnet. Das ist alles ziemlich dunkel geworden jetzt. Das Auge sieht man kaum noch und die Kiemen. Allerdings werde ich das nachher noch nachbearbeiten mit Weiß. Ja, jetzt ist hier der Schatten von dem Körper selber schon mal gut zu erkennen. Man sieht, dass der Hai oberhalb generell dunkler ist als unterhalb. Das hat übrigens den Grund, dass man von... Wenn man im Wasser ist, wenn man von unten guckt, sieht man ja Richtung Licht. Dadurch sieht man die weiße Seite des Heiß. Und dadurch ist ja von unten besser getarnt. Und wenn du von oben auf das Wasser drauf oder von oben durch das Wasser durchguckst, siehst du die dunkle Seite vom Hai. Beziehungsweise siehst du sie nicht, weil man ja unten ins Dunkel guckt. Das ist nur mal so nebenbei ein kleiner Fakt, warum das evolutionstechnisch so passiert ist, das Hai von oben, dunkler sind als von unten. Ja, ihr seht die Schatten von den Flossen zeichne ich ein. Und dann vom Maul da, wie das weitergeführt wird, habe ich auch jetzt hier mit Airbrush, mit dem Schwarz noch gemacht. Unterhalb noch ein bisschen den Schatten was verstärken. Und dann arbeite ich das immer weiter aus. Ja, jetzt schreibe ich dann auch Shark drunter, einfach weil ich noch schwarze Farbe übrig hatte. Das ist eigentlich so der Beweggrund, warum ich das gemacht habe. Ja, und noch kleine Verzierungen drunter. Oben natürlich mein Künstlername Benbuck. Und dann ist das Bild auch schon fast fertig. Gleich werde ich noch mit Weiß ein bisschen was die Lichteffekte reinbringen. Erstmal natürlich noch die Schwanzloste fertig machen. Solange ich noch schwarz in der Airbrushpistole drin habe, nutze ich das natürlich, um keine Farbe zu vergeuden. Ja, jetzt habe ich gemerkt, dass mir die Schrift noch nicht ganz so gefällt. Die arbeite ich jetzt nochmal nach mit in einem etwas dickeren Strich quasi. Ja, auch unten die Verzierungen fand ich noch nicht ganz optimal. Aber jetzt fange ich an mit Weiß das Auge nachzuzeichnen und generell so ein paar Lichteffekte reinzubringen, da auch am Nasenloch. Ihr werdet gleich sehen, die Kiemen wird man dadurch auch besser erkennen, weil ich da noch ein bisschen was Lichtreflektionen drauf mache. Klar, überall, wo ein bisschen was Licht drauf scheint, muss jetzt was heller gemacht werden. Und mit der Zeit wird das Ganze dann immer besser und immer feiner ausgearbeitet. Hellweiße Zähne, gut, ist nicht ganz realistisch, aber ich habe ja gesagt, dass ich das Ganze ein bisschen was im Comicstil mache. Und deswegen kann ich da auch ruhig ein bisschen was übertreiben. Außerdem ist es ja erstmal auch nur ein Versuch. Wie gesagt, es soll nicht allzu aufwendig werden, weil ich sonst traurig wäre, wenn das so ein gutes Bild wäre und ich hinterher die Farbe nach dem Waschen wieder rausgewaschen habe. Ja, mal sehen. Ich werde mal gucken, ob das dann so funktioniert oder ob ich mir da noch andere Farben oder eine andere Technik irgendwie ausdenken muss oder ob ich das irgendwie nachträglich versiegeln muss. Ja, wenn es dir gefallen hat, lass eine positive Bewertung da und bis demnächst. Ciao!